Hallo zusammen, fast Full House auf der schönen Strecke Lakeside Loop. Wetter sieht auch gut aus, hoffentlich hält es und deswegen nehme ich einfach mal auf. Mal gucken, was ich hier so reißen kann. Kollision ist ausgestellt. Muss ja nicht sein. Ok, Konzentration. Der Platinum-Fahrer rast davon. Vermutlich Allrad und so'n Zeugs. So, jetzt kommt die heikle Kurve bei einer von denen. Die anderen scheinen auch ganz gut mitzuhalten. Mal sehen, wie es bei den Abkürzungen läuft. Oh, hätte man eigentlich... So schnell muss man da gar nicht rüber gehen. Abkürzung Nummer 2. Kann auch das Lithium mal schauen. Hehehehe. Hehehehe. So. 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 Oh, es hat mal wieder gehangen. Nicht, dass wir hier noch den Briefkasten abbasieren. Mist, ah, das wird mich noch den Sieg kosten. Ich will ja nicht vorweggreifen, aber das läuft ja gar nicht mehr so schlecht hier. Auf der Brücke noch mal kurz den Nitro reinhauen. Hvorragend. Oh, uiuiuiui. Oh, 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 oh. Jesus. Puh, ja, zum Schluss noch leichtsinnig geworden, könnte man fast schon sagen. Äh, all right. Das lief doch gar nicht mal so schlecht. Ah, die Lehman Brothers, auch wieder dabei. Wer auch immer das sein mag. Die Banker werden es vermutlich nicht sein. Oh. Aber wenn das Auto fast ausgeskillt ist, dann kommt nur selten was nach. Na dann, war es das so weit erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.